Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Wir gehen heute zum Champ. Aber vorher muss ich mich erstmal entschuldigen für die letzten drei Parts. Dass da meine Stimme so ganz merkwürdig klang. Problem war an der Sache, die letzte Aufnahmesession waren für mich diese drei Parts. Diese drei Parts hatte ich gestern aufgenommen. Gestern nacheinander aufgenommen. Und bevor ich die Aufnahmesession begann, habe ich festgestellt, dass sich die OBS-Einstellungen bei mir zurückgesetzt hatten. Passiert immer mal wieder, dass sich die Sound-Einstellungen von OBS zurücksetzen, dass ich wieder alles neu einstellen muss. Ist mir ein Glück noch aufgefallen, dass die sich zurückgesetzt haben, daher war das nicht das Problem. Das Problem war allerdings, dass ich bei meinem Mikrofon dann aus Versehen das falsche Mikrofon aktiviert hatte. Und zwar das Mikrofon meines Headsets hier. Und dementsprechend wurde nicht dieses Mikro genutzt, sondern dieses Mikro. Und das erklärt halt auch den ganz, ganz schlechten Sound der letzten drei Parts, weil das falsche Mikro ausgewählt war. Das war dann dementsprechend einerseits schuld daran, dass OBS sich die Einstellungen zurückgesetzt hatten. Und andererseits, dass ich in dem Moment dann das falsche Mikro ausgewählt hatte. Ich hatte, ja ich weiß nicht, was ich da gedacht hatte, warum ich dieses Mikro dann ausgewählt hatte. Keine Ahnung. Und mir ist das erst heute Morgen im Schnitt aufgefallen. Dann im Schnitt so, was, warum bin ich da so scheiße zu hören? Und dann, oh nein. Und habe ich direkt in OBS nahegeguckt und dann, oh nein, oh nein. Und ich konnte es leider nicht mehr rückgängig machen. Allerdings war ich trotzdem irgendwie froh, weil es wurde wenigstens die Stimme aufgenommen. Ich hätte natürlich sagen können, ich synchronisiere das nach. Aber synchronisieren, nachsynchronisieren wäre noch doofer gewesen. Weil ihr wollt natürlich meine Reaktion hier wissen zu den Top 4 und so weiter und so fort. Und eine nachsynchron oder das generell nochmal neu aufzunehmen, hätte das Ganze verfälscht. Und das wäre nicht das wahr gewesen. Daher bin ich auch trotzdem froh, dass meine Stimme immerhin aufgenommen wurde. Auch wenn sie in einer sehr schlechten Qualität war. Jetzt sind wir da durch. Jetzt gibt es wieder meine gewohnte Qualität. Und bevor es jetzt weitergeht zum Oberchamp, werden wir dann mal gucken, mit wem wir in den Kampf gehen. Kolossant. Und wir haben die Person ja glaube ich schon getroffen. Das ist doch die mit den dunklen Haaren, die jetzt hier nicht anwesend ist. Genau. Daher gucken wir mal. Die letzte Herausforderung der Schempp-Prüfung in Angriff nehmen. Genau. Wollen wir. Wollen wir. Das wollen wir jetzt starten. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ich bin so froh, dass ich gestern nicht nochmal weiter aufgenommen habe. Und zwar den Schempp nicht aufgenommen habe. Weil ich hatte tatsächlich am gestrigen Tag noch überlegt, ob ich noch einen Part aufnehmen soll. Den Schempp-Kampf. Aber ich dachte mir, nein, nein. Und da ist sie jetzt nun. Ich bin gehypt. Ich bin richtig doll gehypt. Ob wir es schaffen wären? Ich habe gar keine Ahnung. Willkommen, Dennis. Es ist mir eine Freude, dich hier an der Spitze der Pokémon-Liga zu treffen. Bei der letzten Prüfung handelt es sich um einen Kampf gegen mich, den Top-Champ. Besiegst du mich, hast du bestanden. Doch ehe wir mit dem Kampf beginnen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Als Liga-Präsidentin habe ich nämlich eine sehr unangemessene Eigenart. Wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, bin ich nicht einmal zu den kleinsten Zuverständnissen bereit. Ist in Ordnung. Das könnte auch der Grund sein, weshalb in letzter Zeit niemand die Prüfung bestanden hat. Uh. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja imstande, eine ähnlich grandiose Leistung hinzulegen, wie Shempp-Nimila damals. Doch nun genug der Worte. Bist du bereit? Dann bin ich mir einmal so frei und prüfe dein Talent auf Herz und Nieren. Ich finde das gut, dass du keine Gnade walten lässt. Weil das muss ja die Eigenschaft des Top-Champs sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Lösung von Game Freak... Oh, Zio-Pater. ...in diesem Spiel sehr, sehr gut. Dass man hier einen Top-Champ hat und mehrere einzelne Shamps. Weil dadurch wird die Frage geklärt, warum man in den... Oder somit wird das Problem gelöst, dass man damals in den alten Pokémon-Spielen zur Pokémon-Nigal gehen konnte und plötzlich den alten Shempp da antrifft. Warum, obwohl man der neue Shempp war? Somit ist das jetzt logischer. Und Zio-Patra direkt als erstes Pokémon. Wir haben selber ja einen Zio-Patra, daher weiß ich auch, was es einsetzen kann. Und es kann bestimmt auch Geist attacken. Dennoch will ich jetzt hier nicht wechseln. Ich will direkt Spukball einsetzen. Und heute können wir auch eine Terra-Kristallisierung machen, was sehr, 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 sehr gut ist. Du gehst auf Reflector. Das ist erstmal gut für mich in diesem Moment, weil ich gerade speziell angreifen möchte. Dein Zio-Patra könnte noch relativ einfach sein. Ja, guck mal, das macht schon mal viel Schaden. Vielleicht gehst du jetzt auf Lichtschild. Danke dir, Sargaria. Danke, danke, danke. Jetzt gehst du vielleicht auf Licht... Nee, Lichteinschlag. Okay, das macht natürlich ordentlich Schaden. War auch ein Volltreffer, krass. Und meine Spezialverteidigung sollte sich jetzt in diesem Moment ändern, weil Lichteinschlag sinken, meinte ich. Weil Lichteinschlag haben wir ja auch. Aber Zio-Patra ist erstmal weg. Das ist das Gute, weil jetzt kann ich halt immer wieder wechseln, wenn ein neues Pokémon hier reinkommt. Und... Daher... Agiluza. Problem an der Sache ist, ich kenne dieses Pokémon nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Und was mache ich in solchen Situationen? Zu Hiraschai gehen. Hiraschai hat so viele KP. Daher... Wenn es jetzt nicht unbedingt ein Pflanzen-Pokémon ist oder ein Elektro-Pokémon, sollte ich da relativ gute Chancen hoffentlich haben. Agiluza. Was könnte das sein? Oh! Auch ein Wasser-Pokémon. Ist hier interessant. Ähm... Auch ein Wasser-Pokémon. Ich guck mal, wie viel wir abziehen mit Auftüchen. Das ist normal effektiv. Du gehst auf Psychoklinge. Du gehst auf Psychoklinge. Das finde ich gut. Wisst ihr was? Warum ich das gut finde? Weil ich die Hoffnung habe, dass du nochmal Psychoklinge einsetzt. Und auf Lori ist das nicht wirksam. Du scheinst nämlich Wasser-Psycho zu sein. Weil gerade auch angezeigt wurde, dass Unlicht sehr effektiv ist. Und Psychoklinge macht er eh. Ja, okay. Das heißt, wir haben da den perfekten Konter gegen. Und ja, dann Blumentrick. Ja, ist Psycho, weil auch Kertwende sehr effektiv ist. Aber wir machen unsere Pflanzen-Attacke. Dann bist du weg. Ey, das ist bisher noch zu einfach. Das ist noch zu einfach gerade in diesem Moment. Danke dir, danke dir. Also, ja, sie gibt uns hier immer Komplimente. Das finde ich sehr cool. Macht den Kampf ein bisschen dynamischer. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu einfach. Wir hatten jetzt hier noch keinen Burner. So, wer möchte Agilität erlernen? Models möchte... Na, gar keinen Platz. Gar keinen Platz für Agilität. Reflektor hört jetzt auf. Chefrum. Chefrum. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich kenne es. Das ist die Weiterentwicklung von Mihikel. Das heißt Pflanze. Es hatte auch, glaube ich, ein Zweityp. Ich weiß aber nicht mehr, was der Zweityp war. Wir gehen mal zu unserem Feuerstarter. Boah, es wird bestimmt noch schwierig. Also, die ersten zwei Pokémon waren jetzt so gefühlt geschenkt. Aber ich glaube, ab jetzt wird es schwer. Ich weiß nicht, was der Zweityp von Chefrum war. Vielleicht hat es doch nur Pflanze. Das kann natürlich sein. Wir machen einfach mal Lodalit. Du machst Protzer. Uh, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Angriff steigt und Verteidigung steigt. Das kann sehr gefährlich sein. Gut, wir greifen speziell an. Dadurch macht uns die Verteidigung... Der Verteidigungsboost macht uns nichts aus. Aber wenn es jetzt angreift, haben wir ein Problem. Und es greift an. Okay. Okay. Hey, das ist ein zu großer Spaziergang. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kommen noch drei Pokémon. Es wird noch irgendwie was folgen. Und ein Kacher kommt noch. Jetzt haben wir auf alle... Arctilas. Oh, Arctilas. Arctilas. Ey, da könnte ich eigentlich bei ihm direkt bleiben. Warum setzt die Arctilas ein? Warum? Es wäre doch jetzt so cool gewesen, ein Pokémon einzusetzen, was keine Feuerschwäche hat. Weil dieses Pokémon ist natürlich sofort down. Auch gerade mit meinem Spezialangrufsboost. Da hätte ich hier gewechselt, wäre ich dumm gewesen. Hätte auch keiner in dieser Situation wahrscheinlich gemacht. Das Pokémon hat es hier hergegeben. Glad... Gladim... Glad... Gladimperio. Das... Ich habe im Kopf, welchen Weiterentwicklung das sein könnte. Ist das nicht Stahl? Maulitz, du kommst jetzt mal her. Ich möchte es mir jetzt hier nicht so einfach machen. Ganz ehrlich. Daher wechsle ich jetzt, dass mein Spezialangrufsboost wieder weg ist. Warte, das... Könnte... Ist das vielleicht... Könnte das Stahl und Licht sein? Wenn ja, dann ist natürlich Nackt Kampff vierfach stark. Könnte möglich sein. Hey, also wir haben jetzt deutlich weniger Probleme, als beim vierten der Top 5. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Lumiflora. Wahrscheinlich ein Pflanzen-Pokémon. Okay, hat sie nur noch Pokémon, die gegen Feuer eine Schwäche haben? Das müsste ja jetzt das letzte Pokémon sein, oder nicht? Weil Flora klingt nach Pflanze. Eindeutig nach Pflanze. Das heißt, sie hat eine große Feuerschwäche. Könnte das nicht schon das letzte Pokémon sein? Ne, das vorletzte, oder? Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Was ist das? Ist das... Das ist das letzte Pokémon. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ich will jetzt keine Terra-Kristallisierung machen, weil ich nicht weiß, was das für ein Pokémon ist. Ich gehe auf ehrlich. Könnte das vielleicht Wasserpflanze sein? Wenn ja, dann kommen wir mit unserem Pokémon nicht weit. Aber gut, es kommt eh eine Terra-Kristallisierung. Das heißt... Es ist jetzt ein Monotyp. Was ist das? Was ist das? Boden! Das ist Bohnen-Terra-Kristallisierung. Okay. So, ich möchte mal wissen, was das normalerweise für ein Typ ist. Einfach aus Interesse. Weil der Typ hat sich ja eh geändert. Es ist normalerweise Gesteingift. Okay, krasse Kombination. Okay, jetzt ist es ja anscheinend Boden. Bedeutet, Hierarchai wäre möglich. Logi wäre möglich. Und ich gehe zu Hierarchai und mache Terra-Kristallisierung mit Hierarchai. Oder mit Luri. Ich spiele jetzt so, als würde ich nicht wissen, dass es normalerweise den Gifttyp hat. Ich spiele jetzt mal so. Weil dann habe ich gerade nicht gedacht, dass das natürlich für mich ein Vorteil sein könnte. Daher ist mein Plan jetzt eine Terra-Kristallisierung mit Luri. Luri, ich könnte auch mit Terra-Shine machen. Aber ich möchte unbedingt die Terra-Kristallisierung von Luri nehmen. Weil, ja, Starter jetzt hier zu Terra-Kristallisieren beim Champ-Kampf. Das ist genau das Richtige für mich jetzt. Und vielleicht reicht es dann schon. Kann natürlich sein. So, unsere Terra-Kristallisierung. Let's go. Aber nee, warte, Boden war doch irgendwie was anderes. Boden war doch, äh, von der Terra-Kristallisierung her deform, meine ich. Das war doch die Erde. Das ist Gestein Terra-Kristallisierung. Und das hat gekillt. Das hat gekillt. Wow. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ihr wisst ja, im letzten Part, der Top-4-Kampf. Wie, was wir da für Schwierigkeiten hatten. Ich musste zumindest ein Pokémon nutzen, Hiraschai, um mein gesamtes Team zu heilen. Weil ich da so Probleme hatte. Und dagegen war dieser Kampf mehr als einfach. Ich hatte hier gar keine Probleme. Es ist nicht mal ein Pokémon, glaube ich, von mir besiegt worden, oder? Das ist enttäuschend, ganz ehrlich. Du übertriffst selbst meine Idealvorstellung bei Weitem. Gegen Sinus war es deutlich schwieriger. Welche beeindruckende Abfolge von Attacken. Welche atemberaubende Kraft. Wer hätte gedacht, dass Paldia abermals einen solch großartigen Trainer hervorbringen würde. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Oder besser gesagt, Champ, Dennis. Jetzt gibt es endlich wieder wirklich Grund zum Feiern. Mein herzlichen Glückwunsch. Wow, wie toll. Das ist ich geschafft. Glückwunsch. Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe ein Kloß im Hals. Jetzt fängt es schon wieder an. Ihr Pokémon-Trainer seid der Schatz der Paldia-Region. Und Champs sind die Juwelen in diesem Schatz, die heller strahlen als alles andere. Champ, Dennis. Fortan werden viele Trainer zu dir aufblicken. Und dich zu ihrem Vorbild erküren. Werde dieser Ehre gerecht und gehe stets mit gutem Beispiel voran. Komm, ich begleite dich noch zum Ausgang. Deine Mitschüler warten sicher schon ungeduldig auf dich. Gibt es keine, äh, hier, Siegeshalle? Oder kommt die noch? Ruhmeshalle, Ruhmeshalle. So hieß die. Dennis! Sag nichts, sag nichts. Ich seh dir schon an der Nasenspitze an. Du bist jetzt auch Champ, stimmt's? Äh, neun. Ach komm, du vergangenerst mich doch nur. Gibst du, du bist jetzt auch Champ, oder? Neun. Sorry, aber das kaufe ich dir nicht ab. Lusch bei mich nicht auf die Falle. Bist du nur ein Champ? Äh, nein. Hast du in der Eile der Aufregung etwa die Bedeutung von Ja und Nein vergessen? Du siehst mir wirklich stark nach einem Champ aus. Nein. Nochmal mit zum Mitschreiben. Du bist jetzt Champ, ja. Nochmal zum, du bist jetzt Champ. Oh ja, okay. Hehe, das wusste ich schon. Direkt im Anschluss an deine praktische Prüfung hat mir nämlich der Top Champ Bescheid gesagt. Ich bin Champ und du bist jetzt auch Champ. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir beide den Champ rank und sind somit... Ja, wir haben den beiden den Champ rank und sind somit gleich auf. Deshalb will ich ganz offiziell fragen. Wer hat mein... Bitte wer da meine Rivale, ja? Ja. Juhu. Jawohl. Jetzt wo wir Rivalen sind, können wir nach Herzenslust kämpfen. Lass uns gleich damit anfangen. Ich will dir zeigen, wo ich fähig bin, wenn ich ernst mache. Ich bitte noch um etwas Geduld, Champ, Niemela. Oh, Nummer eins. Gibt's da etwa ein Problem? Champ, Tennis, Colossant und die anderen Bogenbund sind doch noch... Erschöpft von der gerade erst beendeten Champ-Prüfung. Wer ein guter Champ sein will, muss sich immer auch in sein Gegenüber hineinversetzen können. Ja, stimmt ja. Das habe ich vor Aufregung mal wieder vergessen. Bin da entschuldigt, Dennis und Colossant. Und noch etwas. Willst du euren ersten Kampf als gleichwertige Rivalen wirklich hier am Wegesrand austragen? Hättest du das für angemessen? Äh, also... Jetzt muss ich es sagen. Äh, naja. Dann lassen sie uns doch mal... Äh, sicher den Kampfplatz der Pokémon-Liga nutzen, ja? Hm. Gibt es nicht vielleicht einen passenden Ort, der mehr Bedeutung für euch beide hat? Mehr Bedeutung? Weißt du, was für ein Ort sie meinen könnte, Dennis? Unter deinem Haus? Haha, dort, wo wir zum ersten Mal gegeneinander kämpfen haben, also. Aber wenn wir bei mir zu Hause kämpfen, wäre das für mich ja überhaupt nichts Besonderes. Hast du irgendwelche Ideen? Mesaluna City, das ist eine tolle Idee. Dort hat unsere Reise schließlich angefangen. Wann hast du dich noch, wie Direktor Claven meinte, dass es bei unserer freien Projektarbeit um unsere ganz eigene Stadt zurückgeht? Ich glaube, ich habe meinen Schatz gefunden. Ein gleichwertigen Rivalen, gegen den ich kämpfen kann, ohne mich zurückhalten zu müssen. Sie nennt mich gerade Schatz? Uiuiuiui. Damit meine ich dich, Dennis. Dich habe ich gesucht. Wenn es dir nichts ausmacht, dann erwarte ich dich auf dem Kampfplatz des Hauptplatzes in Mesaluna City. Ach, ihr Beziehungen fußt auf gegenseitigen Respekt. Darum kann man euch wirklich beide beneiden. Ich werde zwar Tomchamp genannt, aber eine Mieler hat bei ihrer letzten Prüfung gegen mich nicht von ihrer ganzen Stärkeheber auch gemacht. Deswegen bin ich mir sicher. Doch ich bin zuversichtlich, dass sie dir ohne Zurückhaltung zeigen wird, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Ja, und der Kampf, der wird dann natürlich im nächsten Part folgen. Wir sind für heute durch, aber es gab jetzt weder Credits, noch irgendwie die Rummishalle. Oh, und ein Pokémon wurde von uns besiegt. Stimmt. Es gab jetzt nicht die Credits, nicht die Rummishalle. Das ist merkwürdig. Und vielleicht kommt das nach Zone 0, wo wir mit Professor Futurus da hingehen müssen. Im nächsten Part machen wir den Kampf gegen eine Mieler. Und dann geht es zum Professor Futurus. Da bin ich sehr gespannt. Und mein Terrakristallorb wurde aufgeladen. Sehr schön. Also von daher, ich bedanke mich fürs Einschalten. Auch wenn heute der Kampf leider enttäuschend war. Ich habe auch mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade nach dem Kampf gegen den vierten, der Top 4. Der auch schon wirklich ein bisschen härter war. Ist das heute ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber gut, kann ich leider nicht ändern. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018